Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Obststandbox von Alex und Maxwell. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Obststand von Alex und Maxwell, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das aus. Wir haben hier eine Box mit blau bzw. braunem Aufdruck und zwar ist das Ganze in so einer Obstkistenoptik gehalten. Wir sehen hier oben diesen Zettel oder diese Schutzhülle, die sich hier ablöst und darunter kommt schon Orangen oder Mandarinen zum Vorschein. Und dann haben wir hier in der Mitte die beiden Interpreten abgebildet, wie so ein Siegel. Also links Alex, rechts Maxwell, Obststand, Trusted, 187 lesen wir hier. Hier überall Obststand, Obststand zu lesen, 187 Straßenbande präsentiert. Das sieht aus, als wäre das Ganze hier so eingeschlagen, beschädigt. Das ist hier aber aufgedruckt, sieht echt heftig aus. Und dann lesen wir hier unten noch Alex und Maxwell ebenfalls wieder Obststand, Obststand. Also von der Optik her echt wie so eine kleine Holzkiste, gefällt mir vom Design richtig gut. Hier lesen wir auch nochmal Alex Maxwell. Und dann haben wir sogar so einen Aufkleber, der hier auch aufgedruckt ist. Und zwar Alex und Maxwell, 187 Straßenbande, Hamburg, Klasse 1, Gewicht 18,7 Kilo, Ursprung Deutschland. Und dann haben wir hier noch eine Losnummer 1312. Okay, also hier wurde wirklich an alles gedacht. Man sieht hier die Früchte durch, diese Klammern hier im Holz. Obststand hier so eingebrannt, 18,7 Kilogramm. Jede Menge Details hier, auch nochmal hier so ein Brandzeichen, 187 Straßenbande. Und hier auch nochmal groß, Obstkiste und Alex und Maxwell zu lesen. Auf der Rückseite lesen wir auch nochmal Obststand, Obstkiste, Inhalt. Zwei CD Premium Edition, Badetuch, Pusher-Tasche und Sticker. Dann haben wir hier noch die Künstler der 187 Straßenbande. Alex, Maxwell, Ryan & Hungrig, 187 Straßenbande. Einen Barcode und natürlich die Credits. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox. Bedeutet, wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Und zwar haben wir hier einmal die Pusher-Tasche. Dann haben wir das Album im Digi-Pack. Und die zwei Sticker. Ja, das Badetuch war natürlich auch noch dabei. Das habe ich hier einmal separat. Und zwar deswegen, weil es jetzt im Nachhinein nicht mehr hier reinpasst. Ursprünglich war das Ganze so. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Foto, wie das ausgesehen hat. Also wenn wir uns das hier ansehen. So hat das Ganze ursprünglich ausgesehen. Also das Handtuch war so zusammengepresst, wie so ein kleiner Ziegel. Und war von der Größe her ungefähr so groß wie die Pusher-Tasche. Und ihr seht schon, das Ganze macht auch einen Unterschied. Weil, wenn man das Ganze einmal verwendet hat. Ich glaube, ursprünglich musste man das mal ins Wasser werfen oder einmal waschen. Dass sich das auf der kompletten Größe dann entfaltet. Ist das jetzt wirklich so ein Badetuch, so ein Strandtuch. Und das ist mittlerweile so groß, dass es nicht mehr in die Box passt. Deswegen habe ich das separat jetzt gehabt. Die Box von innen glatt weiß. Machen wir mal zur Seite. Und dann starten wir mit dem Album an sich. Also, hier haben wir das Cover. Links Alex, rechts Maxwell abgebildet. Die hier vor ihrem Obststand stehen. Alex am Telefonieren. Maxwell hier mit Limetten, Zitronen und Bananen. Vor einem tristen Plattenbau stehen die beiden hier. Und hier oben lesen wir auch wieder. 187 Straßenmanne präsentiert. Alex und Maxwell. Damals noch stark auf Lacoste die beiden. Also die Kopfbedeckungen. Also auch die Pullover. Man sieht sogar hier auch bei Alex noch das Krokodil. Auch wenn es der Träger großteils verdeckt. Aber beide voll in Lacoste. Dann lesen wir hier auch nochmal Alex und Maxwell. Obststand. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 16 Tracks an der Zahl. Plus Instrumental CD. Und wir haben Features von. Also Alex und Maxwell ist klar. Bones. Bossa. Kapuz. Safir. Chases. Nochmals Chases. Und Bones. Also bis auf Bossa. Alle hier so aus dem 187 Umfeld. Ja Kapuz vielleicht auch noch. Ja gehört auch mehr oder weniger dazu. Aber Bones Chases war abzusehen. Safir genauso. Das Ganze geht dann hier auf. Dann kommen wir als erstes zum Booklet. So sieht das aus. In weiß und schwarz gehalten. Auch wieder mit diesem Siegel hier. Obststand Trusted 187. Aha. Okay. Dieses ist ein Mini-Poster. Also das Booklet auf der einen Seite hier. Als Mini-Poster verwendbar. Auch hier wieder das Cover von Obststand zu sehen. Auf der Rückseite haben wir nochmal die beiden Herren. Aha. Diesmal in Polo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Album-Credits. Also einerseits natürlich wer daran beteiligt war. Wer hat drauf gerappt. Wer hat die Beats produziert. Alle Beats von Jambeats bis auf Track 6. Der ist von Bossa. Dann hier noch die Credits. Und nochmals das Logo. Gut. Hinter dem Booklet kommt dieses Bild hier zum Vorschein. Also hier wird Obst geschnitten und abgewogen. Und hier haben wir eine Liste. Wer entsprechend bestellt hat. Oder wer irgendwie Geld schuldig ist. Und dann haben wir die beiden CDs. Einmal die Album-CD und einmal die Instrumental-CD. Die Album-CD ist in so einer Optik wie eine Orange. Also so einer aufgeschnittenen Orange. Dahinter kommt Alex mit Bananen zum Vorschein. Und dann haben wir auf der rechten Seite die Instrumentals. Diese in dieser Zitronenscheibenoptik. Oder Ananas. Na, ich glaube es ist eine Zitrone. Sieht so aus. Und hier kommt dann Maxwell zum Vorschein. Gut. Soweit zum Digi-Pack. Dann haben wir zwei Sticker. Und zwar haben wir einmal diesen hier. Wieder mit dem Logo Obststand Trusted 187. In schwarz und weiß. Quadratisch. Und dann haben wir diesen Sticker hier. Den kennen wir von der Rückseite des Booklets. Also da hier diese Abbildung. Allerdings ist hier eben Obststand etwas größer. und Alex und Maxwell hier oben zu lesen. Leicht abgewandelt von der Grafik. Und dieser Sticker ebenfalls quadratisch. Dann haben wir einmal diese Umhängetasche. Die Pusher-Tasche. In schwarz gehalten. Hier mit 187 Straßenbandeaufdruck. So sieht das aus. Wir haben hier so einen Träger. Und der ist hier in dem Fall noch verknotet. Allerdings. So wenn man das Ganze jetzt löst. Genau. Kann man das Ganze dann mit Hilfe dieses Teils hier dann Größen verstellen. Also je nachdem wie man das tragen möchte. Wie weit oben, wie weit unten. Kann man das hier individuell anpassen. Dann haben wir hier einen Reißverschluss vorne. Also hier die erste Tasche. So sieht das aus. Und zwar haben wir hier dann diverse kleine Fächer. Also hier kann man echt eine Menge drin aufbewahren. Hier links sogar irgendwie ein Stift oder so. Ja, Geld, Karten, alles mögliche findet hier Platz. Handy natürlich auch. Dann haben wir noch einen Reißverschluss. Das ist so die Haupttasche oder die größte Tasche. Okay, hier haben wir auch noch einen Zettel. Was haben wir hier? Backbase, okay. Das ist der Hersteller. Und da war noch ein Zettel. Genau, was haben wir hier? Und zwar lesen wir hier einmal Backbase BG47. Und das würde mich noch interessieren vom Material her. Ob wir hier etwas erkennen können. In allen möglichen Sprachen. Deutsch wäre nicht schlecht. So, also hier haben wir einmal Sponge Clean Only. Also das Beste, am besten nur irgendwie Handwäsche. Und das Ganze ist, wir lesen es hier, Obermaterial 100% Polyester. Okay, auch hier das große Fach wieder mit so einer Seitentasche, mit so einer Unterteilung hier drinnen. Und auf der Rückseite haben wir noch mit Klettverschluss so ein kleines, ja, mehr oder weniger Geheimfach. Ja, schön gemacht. So eine klassische Umhängetasche, so eine Pusher-Tasche. Und dann haben wir noch das Handtuch. Wie gesagt, wenn ihr die Box zum ersten Mal öffnet, dann ist die in so einer kleinen, ja, mit so einem kleinen Ziegel zusammengepackt, das Handtuch. Meines ist jetzt schon offen. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier ein schwarzes Handtuch. Und dann hier groß das Logo der 187 Straßenbande in weiß aufgedruckt. Jetzt schauen wir noch, ob wir hier eventuell noch einen Zettel finden zum Material. Aber, nein. Nein, hier ist kein Zettel angebracht. Aber es wird wohl Baumwolle sein. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und von der Optik her macht es auf jeden Fall was her. Also wenn man sich damit auf den Strand oder irgendwo ins Freibad begibt, dann weiß auf jeden Fall jeder Bescheid. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was hier alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Badetuch, dieses Handtuch, in schwarz und weiß gehalten. Dann die Umhängetasche, diese Pusher-Tasche, ebenfalls in schwarz und weiß. Die beiden Sticker, quadratisch und natürlich das Album an sich im Tiki-Pack inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Obststand von Alex und Maxwell. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alex und Maxwell unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.